Die Idee zum Strategy Frame kommt aus der Beratungspraxis. Wir müssen das einfach auch mal so aufschreiben, dass es nicht nur in der Beratung funktioniert, sondern den kann man nutzen, um Unternehmen und Führungsteams es anzubieten, es selber zu machen. Gestartet sind wir erst mal mit einem Podcast, um das Thema Strategie zu entmystifizieren. In einer strukturierten Art und Weise an die Strategie rangehen, umsetzen und erfolgreich machen. Das Feedback unserer Hörer war einfach, habt ihr nicht ein Tool? Wie geht das denn? Strategie machen. Und dafür haben wir einfach dann innerhalb kürzester Zeit gesagt, okay, wir setzen uns hin, wir schreiben jetzt ein Buch und packen das mal alles zusammen. Dass wir jetzt nicht nur einzelnen Kunden in Beratungsprojekten helfen können, sondern dass wir es auch skalierbar machen können. Also wir können wahnsinnig vielen Unternehmen, auch kleinen Unternehmensstrategie jetzt einfach anwendbar, verfügbar und bezahlbar anbieten. Darauf freue ich mich am meisten. Ja.